Ihr Sohn scheint sich nur für eine Sache zu interessieren. Alles worüber er spricht, alles woran er offenbar denken kann, sind Autorennen. Er schießt auf die Zielgerade. Der Sieger Speed Racer. Der wird mal sehr gut. Nein, er wird mal der Beste. Für meine Familie ist Rennfahren alles. Wenn ich sehe, was du da teilweise so machst, dann stockt mir einfach der Atem. Ich bin so stolz, deine Mom zu sein. Kohle Nummer. Speed Racer, was hältst du davon? Das Rennen war manipuliert. Irgendjemand will alles in meinem Leben zerstören, das mir was bedeutet. Was können wir dagegen tun? Der einzige Weg, diese Leute zu stoppen, ist sie vor Gericht zu bringen. Rennenfahren ist das einzige, was ich kann und irgendwas muss ich tun. Das ist kein Spiel, diese Typen sind knallhart. Besser komme ich ja mit dir. Los jetzt. Drei, zwei, eins. Das sind einige der gefährlichsten Fahrer der Welt. Ihre Wagen sind wahrscheinlich mit Geheimwaffen ausgerüstet. Darum haben wir den Mark Vyfe modifiziert, um ihre Angriffe abzuwehren. Die Gaspeed los! Speed Racer, nicht so schnell! Die Gaspeed los! 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 Die Gaspeed los!